Jetzt guckt mal neugierig. Okay, genervt? Das ist diese eine Emotie, die dich... Stolz? Besorgt? Überrascht? Wütend? Kann es ja nicht so gut sein, ne? Wie sieht es aus mit traurig? Traurig? Zufrieden? Und hoffnungsvoll. Machen wir es schon? Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Das ist gar nicht so leicht. Guck mal wütend. Ich? Guck du mal wütend. Es sieht fast so aus wie bei mir. Wenn ich dir jetzt immer so ins Gesicht gucke, während des Gesprächs, dann habe ich immer die afghaische Schminknummer vor Augen, wie du dann ausgesehen hast. So bunt und so total drüber. Herrlich. Es gab wirklich einige, die das Video gesehen haben und geschrieben haben, sieht doch voll hübsch aus. Also ich würde mich auch so schminken. Und ganz viele Verwandte von mir haben das ja gar nicht gecheckt, dass es ein Spoof ist. Die dachten wirklich, dass es ein Make-up-Tutorial ernst gemeint ist. Und die fanden es auch hübsch. Ich will dann auch daran, dass es ein ZD-Z-Z-Z-Z-C-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T,-T-T-T-T,-T-T-T-T-T-T. Untertitelung des ZDF, 2020